Erste Zusammenkunft zwischen Dallana und Olga. Dallana zeigt gleich mal, wo der Hammer hängt und eigentlich ist es Olgi egal. Das war's für mich. Nicht geraten. Der ist auf den Zahn. Du bist eine Pussy, Olga. Oiga, guck nur. Oh mein Gott, was passt. Ich ziehe Oiga hinten. Ich ziehe Oiga hinten. Da Lana das junge Pool zeigt der Olgi, wer der Boss ist. Ja, ich weiß auch nicht. Na komm, mach dich mit mir noch ein bisschen Action. Ja, ich weiß auch nicht, Olga ist nicht so die Bewegungskinstlerin heute. Komm, da Lana, komm. Ja, komm. Die Olga ist so eine Brüche. Immer die Olga mit der Lana, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Scheiße, das ist nicht zu scheiße. Ja, Lana. Ja. Jetzt, jetzt. Also, ja. Olga, du bist so eine. Olga verhungert. Praktisch. Ja. 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 Hz Ö